Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Quinten- und Quartenzirkel? Das und mehr jetzt. Mit einem wirklich wohltuenden Pfefferminztee heiße ich euch herzlich willkommen zum 172. Soundvlog. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin heute ein bisschen dehydriert. Ob das mit meinem exzessiven Abend gestern mit Sascha zu tun hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr gute Gitarrenstunde. Und ich bin auch froh, dass sie euch so gut gefallen hat. Schnappen wir uns erstmal die Gitarre. Wir müssen heute ein bisschen Revue passieren lassen und mal so ein bisschen gucken, okay, was bedeutet das für mich jetzt konkret. Aber das Schöne ist ja, Sascha hat mir zum einen etwas Haptisches hier gelassen. Ein etwas, was man in die Hand nehmen kann und sich angucken kann. Und das war folgendes Leak. Nein. Ja, fast. Hier oben. Das war es schon. Ja, klingt einfach und geil gleichzeitig. Von daher ein super Ding. Und es ermöglicht einem auch ein bisschen hier den Überblick auf der Gitarre zu behalten. Das werden wir mal im Quinten- bzw. Quartenzirkel durchexerzieren. Dann werden wir noch ein bisschen überlegen, mit welcher Übermethode wir uns jetzt an das Originaltempo von den Red Hot Chili Peppers Snow heranwagen. Und wir werden auch ein paar Comments nachholen. Da gab es auch wieder viele spannende Impulse. Denen widme ich mich heute dann auch mal und werde denen entsprechend gerecht. Ja, was ist denn ein Quinten- und was ist ein Quartenzirkel? Ach, erstmal einen Schluck Kaffee. Jetzt wollte ich schon Kaffee sagen. Ist ja gar kein Kaffee. Das ist übrigens auch eine Fantasse. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Eine sehr, sehr musikalische Tasse. Vielen Dank dafür. Ihr müsst mir übrigens nicht immer jetzt was schicken, wo Violinschlüssel drauf sind oder wo irgendwie Klaviertasten drauf sind. Ist auch immer ganz nett, aber ich fühle mich dann immer so ein bisschen sehr in eine gewisse Ecke gestellt. Ja, so von wegen, der ist Musiker, der mag das doch bestimmt, wenn da ein Violinschlüssel drauf ist. Habe ich nichts gegen. Ich finde, auch Noten haben durchaus was Ästhetisches. Irgendwelche geschwungenen, ja, keine Ahnung, traditionellen Notationen und so. Finde ich auch immer ganz interessant, weil ich selber die meistens gar nicht lesen kann, so richtig. Aber ich würde mir niemals irgendwie einen Violinschlüssel hinters Ohr tätowieren lassen oder so. Ich kenne welche, die haben das gemacht. So sehr kann ich mich mit diesem Symbol jetzt auch nicht identifizieren, dass ich sage, hu, ich mache Musik, ich brauche unbedingt irgendwelche Schlüssel auf meinem Körper. So weit würde ich nicht gehen. Aber die Tassen, die ich von euch bekommen habe, sind allesamt sehr, sehr unterschiedlich. Und ich mag jeder Einzelne davon wirklich sehr. Irgendwie hat jeder davon einen eigenen Charakter, weil sie eben auch von anderen Leuten natürlich kommt. Und es ist toll irgendwie, dass wir auf die Weise dann auch irgendwie eine relativ enge Beziehung führen. Ja, auch wenn ich immer nur hier in so ein komisches schwarzes Loch gucke, wenn ich euch anschaue. So, Quintenzirkel. Heißt das jetzt Quintenzirkel oder Quartenzirkel? Oder sind das unterschiedliche Dinge? Nein, es ist ein und dasselbe. Und die besonders Schlauen, die halt zum Beispiel sagen, wir bewegen uns gegen den Uhrzeigersinn durch den Quintenzirkel, die sagen dann ja, eigentlich ist es ja ein Quartenzirkel. Ich gehe von C nach F, von F nach B, von B nach S. Das sind alles quasi Quarten. Wenn man nach oben denkt, ja, irgendwie merke ich jetzt gerade, wo ich es erkläre, das ist echt schwer, sich das vorzustellen. Also, C ist unser Anfangston. So, und jetzt gehe ich hoch aufs F, ist eine Quarte. Jetzt gehe ich vom F hoch aufs B, ist eine Quarte. Und so zieht sich das durch den ganzen Quintenzirkel, bis wir irgendwann wieder beim C angekommen sind und der Quintenzirkel durchgewandert. Jetzt kann ich natürlich auch, das sind jetzt quasi Quarten aufsteigend, ja, wenn ich quasi das Gleiche absteigend mache, wenn ich vom C zum F absteigend gehen will und vom F zum B absteigend gehen möchte. Ich lande quasi auf den gleichen Tönen, aber es sind alles Quintenabstände. Es ist viel einfacher, als man denkt. Es ist einfach andersrum. Man geht einfach, man denkt nicht aufwärts, sondern abwärts. Von daher ist beides gleich richtig. Und ich tendiere dazu, Quintenzirkel zu sagen, weil es nach meinem Stand ein bisschen gebräuchlicher ist. Aber wenn es Leuten wichtig ist zu sagen, ja, aber nach C kommt nicht G, sondern F, dann sagen die halt gerne schon mal Quartenzirkel, um das irgendwie nochmal klar zu machen. Ah, ist das schön still, wenn ich den Schluck Tee nehme. Das ist zu gut für meine Stimme gerade. Okay, also wir gehen durch den Quartenzirkel durch und zwar mit folgendem Backing-Track, ein Fusion Jam-Track Dorian Mode All 12 Keys. Echt sehr empfehlen von dem Channel Fusion Jam-Tracks. Der Klang eigentlich ganz cool. Aber es ist jetzt absolute Premiere. Ich habe noch nie dazu gespielt, von daher gucken wir mal. Ich muss jetzt erst mal das C finden. Und hier unten, ne? Also das ist quasi A-Moll, ne? Das war ja mein Grundton gerade, ne? Das ist aber kein Quartenabstand. Das sind das kleine Terzen. Schwierig da unten. Lieber hier oben. Ja, schon wieder. Das ist ein Kartenabstand. Ich checke nicht immer so richtig die Tonart. Jetzt sind wir anscheinend in B. B-Moll. So, von B geht es jetzt nach Sis. So, ist das jetzt E oder was? Sie haben. So, ist das jetzt E oder was? So, ist das jetzt E oder was? So, ist das E oder was? So, ist das E oder was? Wow. So, ist das E oder was? 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 es ist vorbei oder was oh mein gott gibt es schon mal einen kleinen Applaus oh man also weder Quintenzirkel noch Quartenzirkel da bin ich ja jetzt dankenswerterweise direkt ins Fettämpchen getreten also helft mir mal das waren jetzt kleine Terzen oder was die da durchgelaufen sind das kann eigentlich nicht sein ich meine nach Adam Riesel oder wem auch immer ist es ja so wenn wenn man jetzt nur kleine Terzen schichtet dass man ziemlich schnell wieder bei dem bei der Oktave ankommt und große Terzen das gleiche ich habe keine Ahnung nach welchem Prinzip das jetzt hier durchgewandert ist aber es war definitiv musikalisch relativ stimmig das muss man mal ganz deutlich hervorheben so A C S Fis so und von Fis nach B ist dann eine große Terz sonst wird es nämlich wieder zum A zurückgehen verstehe ja okay das konnte ich jetzt vorher nicht wissen aber cool dass es dann eben auch musikalisch Sinn macht wäre natürlich cool wenn ich das vorher dann schon wüsste in welche Tonhalt es als nächstes geht trotzdem das ist nach reichlicher reiflicher Recherche ich habe bestimmt fünf Minuten YouTube durchsucht nach backing tracks die den Quinten Quarten oder sonst wie alle zwölf Tonarten durchwandern also Quintenzirkel Quartenzirkel oder eben keine Ahnung so anscheinend ich finde so klanglich ist der eigentlich am besten geeignet also zumindest auch wenn es darum geht im Vierteltag zu spielen und so ein bisschen bluesig dazu zu spielen ja meine Güte bald gibt's Genmais und das sind so die die aktuellen Ereignisse die die Welt bewegen gerade beziehungsweise Europa bewegen dann gab es ein krasses BGH Urteil ja was ausgesagt hat Kinder die keinen Kontakt zu ihren Eltern haben müssen trotzdem später für die Pflege aufkommen das heißt irgendwie Heimkosten bezahlen oder sonst was da gab es ein ziemlich folgenreiches Urteil in dem konkreten Fall hatten Vater und Sohn 43 Jahre keinen Kontakt ich glaube als der Sohn 17 war hat der Vater den Kontakt abgebrochen und naja jetzt muss er leider noch der Sohn muss jetzt noch 9000 Euro Heimkosten nachzahlen ich finde das schon ein bisschen übel der BGH sagt zwar auch okay der Vater ist bis zur Volljährigkeit des Sohnes seinen Eltern Pflichten nachgekommen aber naja ob diese rosig war die Kindheit für den Sohn weiß ich jetzt natürlich auch nicht naja und ich sage mal wenn Kinder eine Chance haben denen das früher passiert also wenn jetzt keine Ahnung der Vater halt abhaut wenn das Kind sieben acht Jahre alt ist oder so wenn das dann wenigstens keinen Unterhalt später oder keine Pflegekosten Betreuungskosten nachher zahlen muss dann fände ich es gut fände ich es okay aber ich befürchte so ein bisschen dass dass all diejenigen die halt irgendwie aus einem kaputten Elternhaus kommen jetzt ein bisschen Angst haben müssen dass sie vielleicht nachher noch eine saftige Rechnung kriegen die sie für einen Typen zahlen den sie vielleicht auch abgrundtief hassen oder so oder der zumindest für das Leben absolut keine Rolle gespielt hat ja schon schon bitter ich frage mich auch immer mal wieder bei so ja bei so so großen Entscheidungen die richtig wirbel dann so so aufwühlen in der Presse und in der Öffentlichkeit ob sich der Bundesgerichtshof der Tragweite immer so bewusst ist mit den Urteilen wahrscheinlich schon aber man weiß das auch nicht so ganz es gab jetzt auch vor kurzem noch dieses Urteil das ja kriege ich das noch zusammen das ging um so eine Bilderplattform und dann sind quasi diese Bilder auf irgendeinem Server zugänglich und da steht dann halt auf der Seite noch drauf von wem das Foto geschossen wurde und was für Vervielfältigungsrechte da gelten jetzt hat aber der Fotograf oder der Urheberrechtsinhaber gemerkt man kann sein Bild nicht nur über den Browser dahin navigieren sondern man kann auch direkt per URL-Aufruf direkt auf die JPEG-Datei oder so zugreifen wo dann eben kein Hinweis auf den Fotografen ja aus dem Bild hervorgeht und auch kein Hinweis über keine Ahnung die Verwertungsrechte und da hat dieser Urheberrechtsinhaber dann auch Recht bekommen was im Prinzip heißen müsste dass jetzt entweder alle Domainnamen also alle Bildnamen so benannt werden dass immer definitiv der Urheberrechtsinhaber und alles was dann eben noch eingefordert wird in dem Dateinamen der Bilddatei drin steht oder dass eben die Bilder irgendwie noch erweitert werden mit einem zusätzlichen Balken wo noch mal alle Rechte und Pflichten zusammengefasst sind und das könnte bedeuten dass die gesamte Bloggerszene eine riesen Abmahnwelle heimsucht dass die dass eine riesen Abmahnwelle die Bloggerszene heimsucht so rum ihr merkt ich bin so ein bisschen ne ich bin so ein klein wenig ich sollte einfach nicht so viel reden ich sollte einfach mehr spielen da fällt das nicht so auf wenn ich schon so ein bisschen müde bin oder naja weiß auch nicht bin halt auch nicht immer so mega quietschfidel fit deswegen würde ich sagen machen wir doch jetzt mal genau das was Sascha mir empfohlen hatte Klausi üb erstmal dein Kram langsam in dem Tempo was du sehr gut beherrschst gehen ein bisschen schneller die vielleicht noch ein bisschen schneller und dann lässt es aber auch bleiben und du gehst am nächsten Tag wieder einen Schritt zurück und das fandet ihr auch gut habe ich in euren Comments schon gelesen und ja was was eignet sich besser als das Experiment was ich gerade mache mit Snow weil da geht es ja auch vor allem darum das einfach auf Tempo zu bringen und vielleicht keine Ahnung vielleicht war ich tatsächlich in der Vergangenheit immer noch zu ungeduldig damit deswegen suchen uns jetzt noch mal ein Tempo aus was gut läuft nehmen wir mal 75 da 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 und dann schauen wir mal ob ich das auf Tempo 85 noch mal anhebe und morgen fangen wir dann 5 Beats schneller an gucken wir mal dann dann ja was sagt ihr es ist natürlich nicht 100 Pro aber ich finde es ist okay ich bin manchmal ein Tick zu spät wieder auf der 1 wenn die Form wiederholt wird und man hört nicht immer wirklich jede einzelne Note absolut perfekt aber dafür andere Durchlaufe durchläufe klappen dann ganz gut der war zum Beispiel nicht so gut der war zum Beispiel nicht so gut der war okay würde ich sagen nicht perfekt auch nicht ganz perfekt aber ansonsten eigentlich gut der war okay würde ich sagen nicht perfekt auch nicht ganz perfekt aber ansonsten eigentlich gut dann gehen wir jetzt mal 5 Beats schneller auf Tempo 80 da 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 das da so ganz frei reden mit metronomen klapp noch nicht so gut und die tiefe E-Seite die ist immer Die ist immer sehr verstimmt, weil ich die, glaube ich, ein bisschen hochziehe. Nochmal. Drei, vier und. So, jetzt muss ich leider einmal kurz Pause machen. Black Screen sozusagen. So, ich melde mich zurück und versuche nochmal Tempo 85. Wir sind nochmal auf 80. Tempo 80 nochmal hinzubekommen. Musik Musik Okay, Tempo 80 klappt eigentlich an sich auch gut. Musik Das ist eine solide Angelegenheit auf jeden Fall, auch wenn vielleicht nicht jeder Ton absolut perfekt da ist. Musik Bei der war zum Beispiel super der Durchgang. Musik Na gut, wir werden gleich nochmal 5 Beats schneller versuchen. Ich meine, das hatten wir ja schon mal. Auf dem Stand war ich ja quasi schon. Aber schauen wir nochmal kurz in eure Kommentare. Einfach um jetzt gerade mal so ein bisschen auch die Hand wieder zu lockern, um kurz auf andere Gedanken zu kommen. Hosenrolle 1 grüßt Sascha. Tut mir echt übrigens sehr leid, dass wir keine Comments durchlesen konnten. Es hatte einfach damit zu tun, dass wir zu wenig Zeit hatten. Wir hatten schon eine Stunde gefüllt mit dem, was wir da gemacht haben. Aber Hosenrolle hat Double Stops vorgeschlagen, dass wir das mal auch behandeln und in die Improvisation einbauen. Und das, ja, das war leider nicht möglich. Ich habe deinen Comment schon im Vorfeld gesehen, hatte dann aber auch gesehen, Sascha hat mir hier Licks mitgebracht und so. Und dann habe ich mich eher dazu entschieden, dass wir auch quasi das machen, was Sascha eben hier für mich quasi vorsieht. Aber das muss ja nicht heißen, dass wir es niemals machen. Und ich glaube Double Stops, ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht ganz, was das ist. Aber du könntest es mir vielleicht mal erklären und ein Tutorial verlinken. Und dann mache ich das erstmal auf die Tour. Ja, und dann, wenn es technisch nicht zu anspruchsvoll ist, kann ich mir das vielleicht auch ein bisschen selbst beibringen. Bla Bla O Gist hat erstmal herausgekriegt, dass die Suchmelodie tatsächlich vom 168. Soundvlog die Asterix-Titelmusik war. Richtig, dieses wie dieses da, 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 ja. Äh. Gar nicht so einfach zu spielen auf der Gitarre. Von daher gut, dass du es trotzdem erkannt hast. Und irgendwie so ein Rate-Lied für heute ist mir noch gar nicht eingefallen. Better Media sagt auch Beatles-Songs wie Yellow Submarine oder Hey Jude könnte ich mal machen. Und ansonsten schreibt mir Almost Scheidplatz. Cooler Nickname übrigens. Asterix-Theme ist dir auch aufgefallen. Du hast sogar dazu geschrieben, dass es von Gérard Calvi ist. Und damit hast du natürlich völlig recht. Und Zero L schreibt, das fand ich ganz cool, das hat mich sehr gefreut. Mir fällt in den letzten Folgen auf, dass langsam gespielt deine Töne schon viel sauberer klingen als früher. Vielleicht legst du noch ein bisschen mehr Wert auf das saubere Greifen, also nahe am Bundsteg und dass der Ton ohne Gescheppere klingt. Ja, und auch Snow in der Geschwindigkeit ist schon beeindruckend. Daumen hoch. Genau, und dann gab es noch einige Leute, die My Heart Will Go On auch schon nach fünf Tönen oder sechs Tönen erkannt war, was natürlich eine Mordsleistung eurerseits ist. Ja, kommen wir. Wir machen noch ein Ratelied. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Oder fällt mir noch was anderes ein. Okay, folgendes Ratelied kann eigentlich nicht so schwer sein. Aber wie gesagt, ungeprobt. Okay, ist super easy. Aber ich sollte vielleicht nicht so großkotzig anfangen und dann einsehen, dass ich es doch nicht kann. Habt ihr erkannt? Ich habe ja direkt alles richtig gespielt. Meine Güte, ist viel zu einfach, das Lied. Meine Oktave drunter. Na! Aber es ist irgendwie auch eine blöde Melodie für die E-Gitarre. Übrigens, das Gescheppere hier mit meiner tiefen E-Saite, da kann ich nicht immer irgendwie was für. Die ist einfach blöd. Ich müsste hier eigentlich noch weiter auch schrauben und so. Und das geht aber gar nicht mehr weiter. Ich habe hier die Feder schon komplett eingequetscht und so. Irgendjemand hat mir das auch schon mal per Mail geschrieben. Klaus, du wirst viel mehr Spaß an der Gitarre haben, wenn du dieses Scheppern deiner tiefen E-Saite mal in den Griff kriegst. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wenn ich nicht so laut spiele, geht's. Wenn ich ein bisschen stärker anschlage, schäppert's. Mit den anderen Seiten habe ich das Problem in der Form nicht. Gut! Zu guter Letzt nochmal 5 Beats schneller, Tempo 85. Mit den anderen Seiten haben wir das Problem in der Gitarre haben, wenn wir das Problem in der Gitarre haben. Manchmal frage ich mich doch, was mir eigentlich durch den Kopf geht, dass ich auf einmal überhaupt nicht mehr auf den Klick bin. Okay. ich weiß nicht, soll ich das Problem in der E-Saite mal für die Gitarre haben. das kommt mir sehr schnell vor es ist nicht überhaupt nicht locker deswegen noch mal und noch einmal ganz kurz für alle ok und ein letztes mal ok kleinen applaus gibt es für mich dafür dass ich so fleißig heute wieder gespielt habe habt ihr das gefühl ich war heute besser als gestern im tempo 85 ich finde es ist ziemlich vergleichbar ein paar durchläufe klappen gut eigentlich ist aber fast immer also ein oder andere ton nicht so ganz rechtzeitig oder nicht ganz sauber oder man hört vielleicht mal an ton nicht aber ich finde es ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm solange ich irgendwie diesen groove in dem viel bleiben und überhaupt nicht rauskomme oder rhythmisch total wackelig bin muss ich sagen finde ich ist das eigentlich schon ziemlich sauber gespielt ich werde definitiv morgen dann noch mal mit tempo 80 anfangen und versuchen ob ich nehmen tempo doch 80 dann 85 und dann 90 mal gucken ob ich tempo 90 morgen schaffe war übrigens mal wieder total geil ich hätte ja darauf wetten können dass das schon mir erst mal sagt ja ich benutze übrigens einen anderen fingersatz was benutzt ihr denn benutzt macht er es so wie ich hat justin guitar genauso gespielt ja ich habe ja seinen fingersatz übernommen nachdem ich halt auch verschiedenste methoden gesehen habe und überall schreiben die dazu hier real also so geht es genauso das ist jetzt genau das original wie auch die rata chili peppers das machen und so und dann ist es trotzdem bei jedem irgendwie wieder anders also da kann man wirklich nicht viel drauf geben ich komme aber auch echt gut mit diesem fingersatz aus bleibt definitiv dabei hey ich bin schon fast am ziel tempo 100 werden wir hoffentlich noch im februar reißen oder das wäre doch mal ein guter vorsatz für uns ich sag mal tschüss bis morgen mal gucken wie gut ich da schon klarkomme schreibt mir mal was ihr von gen mais haltet gebt mir noch tipps wenn euch irgendwas auffällt schreibt mir auch mal wie man dieses dieses flageolet anzocken kann haben wir auch keine zeit mehr für gehabt und was double stop sind macht's gut bis morgen